Okay, wir sind airborne. War aber ein tricky Start. Klappe links, Klappe rechts. War nicht ordentlich. Patrick geradeaus voraus. Gucken wir mal, was hier geht heute. Die Düse war auf jeden Fall ordentlich. Patrick steigt da wieder im geradeaus weg. Das ist starker. Okay. Hier ist die Blüse. Schnell sind wir nicht. Hier ist die Blüse. Wir müssen auf keinen Fall nochmal runterkommen. Hier ist die Blüse. 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 Es sieht ein bisschen sketchy und will das nicht machen. Es mussten auch schon ein paar Landen gehen und es beißt irgendwie böse hier rein. Kann sein, dass der Niederschlag ein bisschen unsauber macht sozusagen. Aber erklären kann ich es mir nicht. Es mussten schon einige Landen gehen. Sauber ist das nett. Es ist wirklich gerade nicht einfach oben zu bleiben. Das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wo ich denke. Es ist gerade weiter. Ja, aber jetzt müssen wir nachlafen. Oh, da ist es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fantastisch. Ich weiß nicht.